Ola! Was ist der Hero? Kannst du euch tun, auf jeden Fall? Das kann natürlich sein, ähm... Das ist ein Hauser, oder? Das ist eine gute Frage. Ich muss überhaupt nicht wissen, äh... Das ist doch fein sein, oder? Eigentlich zerstört alle Grafgesteine, wir haben noch... Leider sind die Kunden dafür! Sehr gut! Die, äh, die sind ja sogar im Garten, auf der Leer. Also, die sind ja scheinbar. Gibt ja extra Geld, die wir in das Haus spüren. Das ist mein AER-Computer. Ey, kann ich nur mit's Geld fahren, äh... Wenn mir das jetzt endlich geht. Trägen sie überhaupt jetzt? Keine Ahnung, ich schaff's nicht aus. Ich mach nach der Welt nicht auf Deutsch, guck. Oh, das ist geträglich. Der Blüte sieht ganz anders aus. Auf keinen Fall. Hm, das machen wir schon irgendwie. Aber du, Mann, hast du noch den Leiste überall, oder nicht? Ja, wir müssen mal gucken. Du siehst ja, normal, wenn da alles drin ist und so, oder? Ja, hab ich ausgeländet, glaub ich. Ja, hab ich ausgeländet, glaub ich. Ja, hab ich ausgeländet, glaub ich. Wir blenden zwei ein. Haha, das geht doch meistens eh nicht. Wenn die Werbung mal gleich rum ist. Ach du Scheiße. Na ja. Du hast eine Bombenqualität, oder? Klar. Vielleicht möglich. Das war ja nicht mehr so glücklich, Hanni. Du hast eine Bombenqualität oder nicht. Du hast eine Bombenqualität, aber... Ich liebe dich! Ich würde ja jetzt mal wieder in einem Ball auswählen. Ich glaube, das dauert nicht viel lang. Das war mal ein Umgang, aber... Das ist aber gut. Das ist geil, der Pumptschutz. Das ist aber gut. Easy. Du hast nicht das von selbst. Ich hoffe wir überleben das jetzt. Was? Ich hab auf Pause gemacht. Den Chat machst du? Nein, ja, genau. Nein, eigentlich schon. Dann soll jemand drinnen sehen wir das. Ach ja, shit, wo war das wieder? Ich hab's vergessen. Elende! Geht ja, geht ja, Bombe! Ich dachte, ich hätte es auch nicht schlecht. Schneller! Jawohl, nur Bossen, sehr gut. Nur Bossen? Ja, genau das hab ich gemacht. Ich hab's schon gesehen. Nein, ich hab's schon gesehen. Ich hab's schon gesehen. Das ist geil, wir laufen alle hin, Alter. Nein! Geil! Das geht doch schon. Was ist das? Ist geil, wenn wir schon mal mit DING! Das ist bei jedem hier. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Wir haben uns. Was ist das? Was ist das? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Was ist das? Das geht nicht so. Sie sind richtig. Scheiße. Das ist für mich. Nein. Ich habe ein bisschen lauter nachüben. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ich komme hier zu. Bommeln! Bommeln! Ich mach die Schüsse! Oh, ist er abgeschlossen! Oh mein Junge, dann ist er bis zu 5 Millionen! Warum ich verballere hier meine ganzen Karten? Was ist los? Du weißt nicht! Was machen wir denn hier? Vielleicht gehts hier doppelt so lang bis 20. Woher wird der zweite? Junge, ich glaub schon! Weißer! Bälle 16! Guck mal, was noch so kommt! Was gibt's noch für Spielmodi? Korb nur den hier! Korb heißt für die Storyworld! Das ist der einzige Modus, wenn ich bis bezocken kann. Ich bin klar! Im Multiplayer, ganz normal, gibt's dann halt noch ein Team-Death-Match! Und Russia ist noch Temp-Fies! Und die Schüsse macht's so ultra-laune! Also ich hab's nicht bezocken, weil ich jetzt... Wir stehen hasse, gell? Und wir haben uns scheiße, was chapter-laune mit der Reporter... Nicht aufgehend! Das gibt's noch schön Geld! Das gibt's noch schön Geld! Ah, ah, ah! Aber du kannst die ganze Zeit Damage kriegen! Ich bleib einfach neben dir stehen! Und werde rein! Muss man auch ganz richtig drauf gehen, was gleich passieren wird! Und heilig! Ich hab mich ja nicht an! Wie ein Arsch ist das? Die Zeitung, ne? Wie ein Arsch, ne? Da hast du ne 100 Leben auch mal, ne? Ne, ne, auf jeden Fall! Und du kriegst irgendwann kriegst du einen Skill, der sich, äh... Ich hab den schon! Ich muss nur einmal sterben, aber das... Das seh ich nicht an! Komm, hier ein G-Apps an! Bombe! Irgendwo, ich kann ja doch eigentlich hier... äh... Sonnenplumen, siehst du ja! Und die heilen dann auch die ganze Zeit, wenn ich scharfe kann! Oh man, ey, das ist der... Das ist so dumm hinterher, du bist immer die ganze Zeit! Das nervt! Junge, du musst nicht ansterben! Nicht sterben! Ich hab 18 AP noch! 16? Nein! Das ging noch gut! Bei mir war er hier... Elendel, was sagst du? Steuerung? Geht, geht! Ich hab 14 AP, das ist so... Und der Weg! Ich hab' den hinterher, formeln, aber... Was ist die, entschuldige? Ich hab' den hinterher, formeln, aber... Ja, ja! Und mir kommt auch dieses Geldgeräusch! Na, immer! Voll egal! Ich will wirklich mal geschweifft, auf's zusammenziehen! Oder ob die sagen, ich kick's nur, weil es darf ja auch noch endlich lange gehen! Das Gang-Up! Total für mich! Da musst du diesen Scheiß... ...Sackträger treffen! Na, egal, tot! Was bedeutet in die 116er jetzt? Soviel hast du gekillt! Komm ich nicht ganz so hinterher mit! Was ist denn da los? Ja! Was ist denn da los? Ich wünsche mir jetzt einen Schuss auf! Ja, wir liegen bei dir, Shit! Sag doch! Ja, das ist doch mein Sonnenbild! Weiß so! Tee, tee, tee! Oh, oh! Ah, sieben, ich brüng grad wieder an! Ja, bleib jetzt wieder zu dir, ich bleib hier vorne! Dieser erst! mach doch schneller oh nein, oh nein der Stream, ja, der wird auf jeden Fall hochgeladen und geschafft wie lang geht es also Leute, der Witz ist, ich hab gedacht das wäre einfach ganz normal ja, bis Welle 10 und dann ist vorbei, aber der Spitzkrieg-Mode scheint anscheinend entlang zu gehen Warteltroof ich glaub schon ich glaub schon hat mir das eigentlich geschafft? ich hab mich auch gepasst ja, was ist denn jetzt hier drin? ich bin ein Truppel-Truppel-Truppel-Einluß keine Ahnung, ich werde sterben dabei aber Elend ist irgendwas ich hiel dich hiel dich aber ich muss nicht äußern Elend ist nicht sterben aber das ist doch eine Ice-Hoppy Ice-Hoppy-Spiel aber das ist doch eine Ice-Hoppy-Spiel ich bin gespannt wie viel Geld es gibt ich bin gespannt wann es endet ich bin wahrscheinlich wenn wir tot sind, oder? 4.20? ich weiß es nicht Cut Was haben wir jetzt alle gehabt! 18, jetzt kommen 19, dann 20 Scheiße Scheiße, Alter Wurzeln Das war eh nichts meins Also das ist jetzt 20 Wieso kommt das denn jetzt? Das kommt eigentlich... Was ist das erste? Das erste ist grad schon, das ist das Eingangste eigentlich Ah shit, dann ist der Boss Ah Junge, ich weiß nicht Ey, das ist ein Explosionswitz, Junge der Boss ist oben Viel Spaß Alter, irgendwie ist der doof? Cool denn das? Ich geh selbst drauf Nehm Das ist der Trick für das jetzt Ich weiß nicht, wenn ich den Platz Ich weiß nicht, wenn ich den Platz Ja, wart nach Oh, ich hab letztes mal gefehlt Nimm den Ball Das ist der Linksen Der ist jetzt nicht so jung Das ist echt so früh Das Shit, shit So, jetzt ist das ein Boss, oh shit. Nein, nicht mein Hinweis, bevor ich mir die letzte Explosion habe. Ich wollte erst da nicht nagen, war doch so. So, was ist das? Was ist denn Hedgehog? Oh, was ist das? 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 Ja, das ist einfach schwerer. Es geht nicht mehr lange gut auf jeden Fall, es geht auch nicht mehr lange ... Jetzt kommt es eigentlich mehr der 20 kommt. Wir halten uns gut eigentlich, oder, gibst mal so? Du darfst das erste Mal spielen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich hab sogar mehr Kills als... Ja Junge, du hast aber auch den Dämpfschläger. Guck mal, wie du mich abziehst von den Kills, oder? Auf jeden Fall. Ich will ungern eigentlich meine ganzen Sachen hier verballern. Ja Junge, dann mach ich auch nix mehr hin. Ja Junge. Ich hab noch keine Verteidigung. Ja Junge, wir werden 21. Du bist 21. Ach komm. Das hört gar nicht mehr auf. Du Scheiße. Was ist das denn schon wieder? Die Zeitung geht dann hoch. Weiter? Oh, mir ist irgendwas anderes. Da ist die Zeitung. So, kommen die jetzt. Wir sind voll Profis alle, voll. Bäm, Headshot. Es geht in Barcelona ab. Scheiße. Aber hier, cool, dass du da bist auf jeden Fall. Freu ich mich. Oh nein. Junge, Junge, Junge. Was steht denn hier unten noch? Gibt's ja nicht. Ich frag mich die ganze Zeit, jedes Mal wenn's zukommt, wie immer das hört. So wie ich's am Headshot immer höre. Faut übertrieben. Faut übertrieben. Komm, jetzt kommt hier so ein Fick der Anzahl mit Fick. 22. 22. Wann sind sie wirklich überbaut? Die sind hier nach reich, oder? Du, ja. Ja, ich... Ja. Ich... Ja. Ansonsten kannst du jetzt mal sagen, mach's Ultralaufen. Also wir, wir persönlich mach's Ultralaufen. Was ist das denn? Was haben die denn da? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn für Gitter hier? Fliegen jetzt oder irgendwas? Fliegen Gitter. Keine Ahnung. Da ist der Außerung. Ja. Das ist zwar sicherlich. Nur weil er so'n Sarg trägt. Wo er in dem Sarg steckt. Ich weiß, der witzig wird nicht am besten. Headshot, Headshot. Oh, Headshot, Headshot. Du scheiße, wo kommen die denn... Irgendwas hat gar keinen Punkt, da hat man ja gar keinen Umständen sterben. Und weil's ein Doppel-Headshot? Jaaaa. Scheiße, unser Garten. Kann man den Garten nicht wieder heilen? Auf keinen Fall. Einer. Was? Er soll schon sagen, wenn der jetzt nicht stirbt, weiß ich auch nicht. Gerade noch ne Wette. Waren es fünf Stunden? Leider bin ich stinkreich. Und mir alles freigeschaltet. Na, Jünger. Ich hab keinen durch. Astra in der Zustand. Puh. Headshot. Schau. Siehst du, die Dremdschacht noch heller? Schau mit rein? Ja. Alles stimmt. Wuhh, hier! Ja, jünger. Schaff ich auch grad so einen... Ich bin's nicht. Ich hab schon einen durchgeladen. Nein, jetzt... ...gibt's kinnische Omen, ne? wo sind sie denn, wo sind sie? Jo, Edge, der Stream ist direkt von der PS4 aus, auf jeden Fall. Und, ja, und weh geschlagen. Einer hat es geschafft. Ach, Faktiker von mir. Was mich am meisten nervt, dass ich schon Scheren kann. Was soll ich denn sagen? Ich hab überhaupt keine Scheren. Es ist unfassbar, was dieser Kerl ausfällt. 24 jetzt? Gib mir mal Heilung. Auf jeden Fall. 5 Papier, oder? Das ist wichtig, 5 Papier. Ich hab die ganze nur 15, das ist immer für Arsch. Ich mach auch gar nicht mal ein Special. Ich komm gar nicht dazu. 24. Kommt ja alle. Hier ist es echt schlimm. Soll es sich was anbieten, Alter. Hier. Da ist einfach nur die Leiche von der Wissenschaftler eingeflogen, die mir dann genau ist. Was ist der Wissenschaftler? Ding Ding Ja, was war das? Was war das? Kapitel Ich bin tot Oh, komm, der kann jetzt schon denn irgendwo springen Äh, geht's nicht ab Scheiße, ich bin tot, ich bin tot Ich bin tot Ich hab' nicht, hab' nicht Ja, zwei Sackwunde Hast du schön hier, ne? Dann hab' ich schon beschwunden Ah, jetzt, jetzt, jetzt dringend ich glaube bei dem Satz du musst du mit den Beinen schießen, aber da machst du direkt einen Schaden. Oh, der Garten ist rot. Nein, das geht nicht mehr lange gut auf jeden Fall. Ich war mit dem da rein, der sieht so ein Bombo aus. Ich muss jetzt auch mal irgendwas reinmachen. Ich mach irgendwas scheißegal. Wenigstens 1. 25, wenn du würde ich mal sagen willst. Von allen 5 kommt der Automate. Auf jeden Fall. Ein paar Diamanten werden wir gehabt haben. Endgegner. Noch einer. Wenn der jetzt nochmal kommt, dann ist der super stark. Jetzt kommt einer an der super stark ist. Ich meine schon. Superdiskimente. Normalerweise kommt dann eine Katze. Scheiß. Ich muss zugeben Leute, ich kenn das Spiel halt übertrieben, weil es gibt ja schon super lange. Seit drei, vier Monaten mit den Xbox. Und da ich dachte, das komplette Pace viel gar nicht raus, hab ich mir ein Ultra-Pace zu angeguckt. Leider. Und dann hieß es, ja übrigens, das komplette Pace. Ach, halt voll, wie die Dillmann. Ne. Die sind alles so Tänzer, Jungs. Es kommt doch mehr so. Ach, da kommt so komische Tänzer, Alter. Ach du Scheiße, halt so. Mal mit dem Platz. Mal mit dem Platz. Mal mit dem Platz. Das ist alles so Tänzer. Jetzt gibt es alleine. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Komm, Blatt mal. Jawohl, jawohl. Aber wie wir abgehen. Wie wir abgehen, einfach nur. Oh, lauter Schwede. Oh, lauter Schwede. Oh, lauter Schwede. Oh, Junge, jeder weg, jeder weg ist. Ja, Junge, jeder weg ist. So, shit. Na toll, das ist unser Gartenblatt. Ey, hier kommt noch einer, Alter, halt zwei. Ich komm jetzt drei von den Unterliegen. Einer ist weg. Wie sieht die Tänze aus, Antibiot, das bringt ja nichts. Wir schreiben's. Wir sind zehn. Ab, oder? Genau. Spick hat gar nichts mehr. Woher kommt ihr jetzt noch? Wir fangen nicht, sondern wir können damit auch oder? Hier ist gerade nichts. 2 Stücke, wo sie leben noch sie leben sie sind eben fuck ok, sie sind mehr als 2 das gibt's ja nicht weg ah, was ist das? was ist das noch eine? ich hab schon gesagt, da kommen 3 ja, wir wollen jeden wir sind drauf, wir sind drauf wenn wir den Chili richtig lösen tja, auf jeden Fall Superboss superboss wäre es lustig, wenn du mich drauf wäre auch die kommt doch in der Welt weißt du mal aber wir schlagen es richtig gut also aber unser Garten ist ekelhaft es geht nicht mehr lange ich glaub bis zu 30 schauen wir es nicht ne, 25 war es grad ne? jetzt kommt 26 naja, Junge, eventuell ey, aber dann ich glaub wenn dann der artiger Boss kommt jetzt ist es vorbei ich hab auch schon wie ein fetter Filz so viel Geld wie ich eigentlich kriege müsste ich alles mehr wegkriegen das ist Wissenschaftler ja, 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 ja so ist der, ja ich finde, dass die Verfehlungs-Zombie aussehen wie Hitler ist wie Hitler es ist wie Hitler und scheiß, achte da drauf es ist nur der Bart perfekt oh, Alter ich würde wieder das Spiel auch spielen guck, guck ihn an ja, so ein bisschen, gell schalte schalte mir geht sogar die ich hab mir schalte wenn du schifst mir das gleiche man muss ja so die anderen nehmen man wechseln wir in die Klasse irgendwie muss er schaust mir bei dem typ die mg frei und dann ich weiß nicht ob es da so was mit deinem Leben gibt was passiert wenn du stirbst du kriegst irgendwas abgezogen das weiß ich nicht und abgestoßen also Garten hat trotzdem wieder ein bisschen Mensch gekriegt auf jeden Fall das Z-Team was kommt denn hier aber der Trottel drum war ich deutlich verstanden aber meines haben nur volle Tür und schlecht gespielt ich hab keine Ahnung kommen die jetzt auch bei dir ich bin jetzt doch wieder ah shit wo kam der denn da wo kam der denn da ding da kommen jetzt nur die da kommen jetzt nur All-Stars hier eben war doch ein Soldater Professor wo war's mit dem los vorarbeiter weg ist er du kannst jetzt gar keine Standardzombies kommen sondern nur so spezielle kann sein ne ein Junge auf jeden Fall ein Junge auf jeden Fall ein Junge auf jeden Fall da kommt Bottle-Trupp Z-Team das kommt als nächstes der Garten macht es nicht mehr lange das nächste Mal welche Brüttel hier haben gell hier bei dem Typ da schließt ihn schnell ab ach du Scheiße gibt's ja auch Zeit jetzt ach eh nicht Sprint Junge wir müssen jetzt hin ab und ach du Scheiße jemand steht ihm entgegen da gibt's extra Geld mein Junge ja was war das denn schliesslich wo ist die 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 ach ich brauch Sport Heilung ich brauch Heilung ich glaub jetzt müssen da könnte ich ausstoss ach du Scheiße Alter, Junge, jetzt wollen sie es wissen wie Battlefield, jetzt wollen sie es uns holen. Shit, da sind am Garten. Oh Junge, da sind nicht viele am Garten. Oh Junge, oh Junge, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Nein, was auch immer, das hätte ich gemacht, als ich hingelegt habe, dass sie gefranzen. Und für die Zuschauer, wie lange ist es noch ein Polter rum? Ah, komm. Boom, sag Junge, wir haben es einfach. Hey, das war geil. Aber der Garten hat sie mich, oder Junge? Ich bin wirklich gespannt, was jetzt kommt. Was ist denn das jetzt, 26, 27? Ist die jetzt schon 19? 28? Das ist ein Höhneleinenschloss, oder? Achten soll es. Neulens, Junge, und danach, glaube ich, sterben wir. Dann hast du nicht ausgespielt, Alter. Oh, ich glaube, wo es abgeht. Bei dir alle? Für mich ist hier ein bisschen viel los. Ah, der kommt aus dem Pressloshammer, der Gunso. Ja, ja, ja. Oh, Junge, zwei Wissenschaftler, aber die Allstar, oh Junge, jetzt... Scheiße, nein! Nein, du Elende! Obwohl, geht gut, geht gut. Die ist am Gelände hängen geblieben. Oho! Scheiße, Eisplatz, warte mal was! Steh mich also rum! Oho! Scheiße, Eisplatz, warte mal was! Steh mich also rum! Ding! Da habe ich mir Kopfschuss gegeben, würde ich sagen. Du hast es nicht! Nein! Ich dachte, du fällst aufgang gerade! Scheiße! Ah, fuck! Da habe ich irgendwo bis 29, also... Am Ende war es 30 Ende gewesen. Wie viel später kriegen wir jetzt bis 29, oder? Ne, bis 28. Dumm, dass die wieder weg ist! Nein, wir haben eigentlich schon... 15.000 eigentlich voll wenig. Jetzt müssen wir halt wissen, ob das nur deine sind oder auch meine dazu. Das stimmt! Dann wird es Sinn machen, glaube ich, wenn es nur von mir ist. Obwohl, wie viel hast du denn? Du hast bis schon 150 jetzt weggeholt gehabt am Ende? Nehmen wir mehr! Nehmeh, ich hatte auch... 100 hab ich auf jeden Fall! Ich hatte... Wenn wir das letzte Mal gucken, dann hat er 145. Nehmen wir auf jeden Fall, wo ich auch gesagt habe, ich zieh dich ab. Mit den Kills. Da hat er 145, glaube ich. Also es muss schon... Bei bestimmt 200. Nehmeh! So, und der andere... Jetzt zocken wir mal in den anderen Modus. Es gibt einen anderen Modus. Wie, es gibt einen anderen Modus? Es gibt nur das? Nur das? Aber wie im Splitscreen gibt es nur das? Muss es dir auch holen, Junge. Da können wir andere Modus zocken. Junge, warte mal. Ich möchte eigentlich erstmal... Mal zurück. Es gibt immer so ein Stickerladen, Alter. Was soll ich kriegen? Oh, endlich Sonnenblumen. Endlich. Endlich. Nur drei Stück. Fünf von den Mixern... Drei. Ey Junge. Das kannst du immer wieder kaufen. Auf jeden Fall. Und, äh... Was ist das andere Erzählten? Das ist auch assig. Normalerweise kannst du dich auch wiederbeleben. Dreimal. Im Splitsky-Modus. Das einmal ist einmal rum. Das war's. Okay. Oh, das ist nur, wenn man stirbt. Das kann sein. Das ist ja Wiederbelebung. Aber ich kann natürlich auch so ein Pack holen. Das sind dann mehr drin, oder? Jürgen, da sind mehr drin und seltenere Sachen. Mach doch mal das letzte. Mach mal rein. Das blaue da. Ja. 10.000, Alter. Komm, wir verdienen 15.000 gleich wieder. Ja. Gucken wir, was Schönes gibt. Nimm eine Brille für dein Ding. Oh, Junge. Noch zwei Stickern, dann hab ich noch neue Sonnenblumen. Was ist das hier? Ja. Für den Maler. Französische Schnur. Fünf Feuerblumen. Stern überspringen, das ist immer gut zum Aufsteigen. Speedbrille, ja man. Die zieh ich auch. Jetzt haben wir nach 8.000 immer noch so ein 5.000. Wollen wir übertreiben, Jürgen? Wollen wir übertreiben. Wollen wir übertreiben. Spitzbar. Spitzbar. Kann ich mir jetzt noch dreimal von sehen, weil ich brauche unbedingt diese Bonkarten, Alter. Nein, mehr zu mir. Fuck, tschuui, was ist das denn? Was ist das für ein Blase? Das ist keine Ahnung. Bambuswumbe. Dreimal. So wie geht das loskommen? Auf keinen Fall. Nur die Stickern? Auf jeden Fall. Du kannst halt hier hinten, du hast neun Gegenstände und bieten hohe Chancen auf Spielcharaktergegenstände und Waffenverbesserung. 20.000. Hier das ist dann nur Verbesserung, da kriegst du nur für Pflanzen. Hier kriegst du nur für Zombies. Hier kriegst du zu 100%. Garantiert an selten oder super selten. Kriegst du direkt nen neuen Char? Okay. Oder das hier mal habe ich. 40.000. Das kostet andere. Was ist das hier? Achso, das ist glaube ich dasselbe. Ist das billiger? Ach, keine Ahnung. Oh, so einen von denen nicht. Komm, wir haben's ja. Komm, hier, hier, hier. Heilbrümer. Fünf Stück, Gott sei Dank. Diese Scheiße. Das sind dann hier schon wieder die Leute. Ah, jo. Was interessiert mich das denn dann? Juck, das ist der übrigens. Das ist der. Das ist der übrigens. Oh, wie geil. Juck, das ist genau so was, was ich messe. Was hat das jetzt gebracht, dass der mir das wagt? Er weiß genau, ich guck mir davon eh nix an. Jetzt gibt's was neues. Ich schick's dir aber nicht. Mach ich jetzt auch so weit. So, das ist online. Juck, das ist nur online. Aber wir können auch nicht zusammen online spielen, oder? Juck, bei Cod ging das glaube ich, ne? Bei Cod, konntest du am, ne, da konntest du noch gegeneinander spielen. Ich glaub, da konntest du aus Riskin zusammen online spielen. Ich weiß gar nicht. Doch, ja, auf jeden Fall. Aber auch nur so Missionen und so. Ich glaub, da konntest du auch richtig gegen andere. Ja, ich glaub so. Hab ich's nie gesehen. Was ist das da? Das ist ja eh nur Multiplayer. Ja, Ort für Einsteiger. Je schlechter du spielst, desto mehr Gesundheit hast du. Du bringst nicht so 5 Millionen mehr Ohmacht auf einmal so 3000 Abyss. Beim nächsten bauen wir rum, weil's verrückt ist. Was gibt's da noch? Team Sieg. Irgendes Deathmatch. Garten Friedhöfe. Das ist mega lustig. Das ist Rush aus Battlefield. Auch die Karten sind ja genauso riesig. Team Sieg klassisch. Hm, okay. Garden Friedhöfe. Hm, ja. Gewichtermodus. Was ist das denn? Ah, das ist Capture the Flag, glaub ich. Abschluss zwischen Kill Confirm, Moskot. Gibt's eigentlich schon viel, ne? Ja. Geht schon. Ich muss dich von diesem Spiel jetzt leider noch ein bisschen überzeugen, mein Freund. Ich muss mich mal was ausprobieren. Ich guck, hat nicht gebracht. Na, auf keinen Fall aber. Ich guck, hä? Nicht dumm, wir haben doch so... Wir haben doch so einen Stern überspringen gedösen bekommen, oder nicht? Das würde ich hier gerne einfach auch mitmachen. Weil dann schalten wir uns direkt was Neues frei. Jungs. Der 4. Der 4. Der 4. Haha. Total sinnlos. Aber wie spielst du das mal vorne auf der Seite? Aber auf 7. Auf 6, glaub ich. 6. Ich guck mal eben gegen das doch 100%. Ich hab's doch gesehen gehabt. Dass man hier diesen Stern überspringen kann, dann steigt man direkt auf. Und dann hab ich gedacht, das machen willst du einfach. Dann müssen wir uns nix freispielen. Aber anscheinend... Hiermit hab ich jetzt die Heilblumen. Alles bomben. Und dann kannst du jetzt immer setzen. Mhm. Das heißt eigentlich, wenn das jetzt jemand spielt, brauchen wir gar nicht die Dings zu setzen. Das soll ich machen. Erledige 2 Wissenschaftler mit dem Sonnenstrahl. Und hier wird 3 Teamkameraden wieder. Setze 5 Heilblumen. Okay. Ja gut, das Video-Leben können wir auch machen. Dann tue ich einfach... Ja okay, Moment. Jetzt kannst du mir das direkt erklären. Erstmal, wir kommen zum Stream. Wir haben noch keine von denen verballert. Wir waren noch nie drinnen. Also wir haben definitiv eben welche bekommen oder vorhin, als wir gespielt haben. Ich hab keine eingesetzt von diesem überspringen Gedönsen mehr. Deswegen würde es mich jetzt interessieren oder geht es automatisch. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach Quatsch, hier wollte ich gar nicht schreiben. Na hier kann man halt was angucken. Ich will auch noch 2, die ich noch nicht habe. Okay, aber normalerweise macht man das dann hier, oder? Man geht hier rein und dann, ähm... Drückt mal irgendeine Taste. Ich hab's vorhin gesehen, das stand nämlich da. Und da war ich am überlegen. Okay, aber... Ich hab's gesehen, aber stimmt. Ich mach mal alles durch. Ich hab das schon da unten. Ich hab das schon den Stern überspringen. Dann hab ich gesagt, oh nö. Kann ich das hier irgendwo machen? Nö. What the fuck? Na genau, das steht normalerweise schnell überbringen. Hab ich... Oder kostet das extra noch Geld? Gartenkommando, wie glaub ich dann nicht Splitscreen? Da kann ich nur... Dich einladen, wenn du an deiner Links bist. Jo. Sieht so aus. Mist. Ja, hier kannst du nämlich schon links. Jo, da bist du bereit für eine weitere gnadenlose Runde? Los geht's. Warte, warte kurz. Was stoppt da gerade? Ah, irgendwie, da steht's. Jo. Ah, irgendwie, dann machen wir. Na ja, komisch, ich hab keine verballert davon. Also, das wären wir auch schon beim aufgestiegen. Dann mach jetzt mal andere. Na, Junge, auf jeden Fall. Schnapperstadt hätte ich noch, Junge. Schalte du mal. Das ist ja hier, das nehmen wir. Das bist du sicher. Eifig. Wieso muss man unten drauf gehen, wenn man oben steht, Denke? Ach, herz'n Aul. Was nehm ich denn jetzt eigentlich? Was nehmst du? Ich weiß es nicht. Ob ich jetzt die Erbsen mal nehme und der das MG freischallt? Ja, du musst irgendwas nehmen, was du freischalten kannst. Holger Übel. Also, nimmst du die Blume, weil die voll freigeschaltet. Eigentlich schon. Jo. Oder nein? Junge, es ist eigentlich egal, nimm was du willst. Nimm auch die Kaktie, wenn du bist oder dann schnappst. Oder ich nimm mal. Ich frage mich, ob man den Wert dessen wechseln kann. Ob man noch verlegen gehen kann. Da steht ein Stern überspringen. Da hab ich's gesehen. Verdammt. Aber ich schalte es für dich frei. Dann mach mal. Guck mal, wo du sieben Stück noch? Da geht das auch. Erstschritte auf die Bombe. Wenn die immer noch auf Anfassung, ob man meine Fähigkeit hat, die immer fähig werden? Ja, bombe. Jan-Wirk, alle, ja. Perfekt, perfekt. Und danke, danke, danke. dann kann ich jetzt hier mit der spielen das heißt mit dem Stern hier alles direkt hochpushen ich bin besonders ich würde sich erst mal gerne über alle Fähigkeiten weißt du wer macht es doch Schnapper was war der Schnapper das war das Vieh ein und gibts schön ach komm du brauchst hier drei Stück mit allen wird schon dauern eigentlich neue Fähigkeit er ist die die Walnuss dann bekommen die mich auch kurz gucken und das kriegt man hin 3-zombies kein Problem lande 15 Treffer mit der Primärwaffe also mit der ganz normalen das wird man alles hinkriegen es ist scheiße dass man Prozent dass du nicht erinnern wird es sich nicht reich halten kein sicher als man sich nicht in echten Schaden in den Schaden aber ich sag mal so oder ist ihr eigener wenn es wäre es ja auch weiter für den Dings ich frage mich ist wenn du das Spiel zuhause hättest aber es ist mit mir es ist ein schönes das checkt dass du dieses Spiel besitzt man weiß es nicht so genau ich bin ja wirklich gerade im Begriff den Schnapper zu schicken ich weiß es nicht aber dann haben wir halt kein Heal auch obwohl wir haben ja Sonnenblumen zu pflanzen gehabt die müssen wir irgendwo da hin pflanzen wirklich wo sie nicht kaputt gehen Junge ich kann du nimmst ganz ich erbse Kanone ich kann die Sonnenblume nehmen Junge wenn du die nehmen wir jetzt nur ruhig ich will nur wissen aber dann nehme ich die schon mal nicht Junge was mach ich? Schnapper oder Kekteer? das Spiel ist so dumm mit Schnapper macht man halt kaum Kiebs auf jeden Fall die jetzt auch wo ich nehme den perfekten Stadler ich werde nur sterben wahrscheinlich hab ich für den schon irgendwas so komischer Hut oder nicht für die Stadt sieht viel geiler aus und wie sich auch Junge du wolltest auch die Erbsen nix nehmen du wolltest auch deine Brille ich habe jetzt hier die Brille und so Dinge unten so gelbe die hab ich ja schon reingemacht glaubt die hab ich mir grad wieder auch reingemacht mit der haben sich sogar schon freigeschalten und bessere Verdauung also das Bombe was kann ich denn jetzt ich kann verkramen und Schleim was war denn das letzte Nummer? was war denn die letzte kann selber kann den Stream schreiben in den Chat was war denn nun die letzte Fähigkeit hier vom Schnapper? ich weiß kann ich nicht ah genau stimmt das war auch wie so Claymore die halt nicht einmal der Luft und du kannst dann aufessen einfach hat ja ledig trotzdem danke schnapp ich muss ja sicher sind dass wir das werden von uns beiden jedes Zeit ja das ist jetzt nicht mehr was los geht option man kann es nicht verlegen headshots das muss mir vielleicht beantworten kann man sich jetzt hier irgendwie nicht auf optionen gehe auf verlegen und kann dann noch mal die die klasse wechseln oder geht es wirklich nur wenn ich wenn ich sterbe also welchen Garten nehmen hier der ist glaube ich zu eigentlich war ja so dass er nicht mehr die freundschaft im Stapien muss sagt das wir können keine von hinten kommen sicher wie sehe ich eigentlich aus was ist mit dem hier das ist mit nicht offen können wir von allen seiten jungen theoretisch die ist auch von uns und hinten ist neben vorliegenden wenn die vom Wasser auskommen können die Klasse kann man schon nicht mehr wechseln weil jeder das total schreibt in deinem Garten ich habe keine Ahnung ja mach einfach komm was kann ich denn heilen mit L1 jo mit L1 muss ich einfach nur einmal gedrückt halten und das heilt durchgehen dann mit R1 kannst du selber so einen Top hinwerfen ich werde mir trotzdem mal einen hin im Sonnenbruch die steht jetzt da auf jeden Fall die heilt jetzt die ganze Zeit ich mach mir diesen Ball wie ich mir mal angucken okay Trophy ihr seht das ja leider nicht deswegen muss ich das immer sagen schnapp Drago schnapp Drago schnapp Drago schnapp Drago knimm ich mir mal da vorne noch ein bisschen ja schon schnapp Drago mit der muss halt echt nachziehen Langsam. Wie ist das, kriegt man später noch irgendwie was, dass die schneller werden? Geil, Alter. Ich hätte die erste Ball zu sein. Ah, geht doch schneller. Moin, willkommen zum Stream. Oh, da guck mich an. Was willst du? Was maul ist? Ich bin mal liebsten. Mach, los. Gut. Was ist denn los? Ding, Headshot. Was kommt denn da oben runter eigentlich? Oh, ne? Wenn du wärst, ist nicht da. Von oben runter. Der hat ja gar nicht angesprochen. Man weiß es nicht so genau. Was siehst du schon wieder? Ah, guck mal, ich hab 150 IP, Alter. Und zwei. Und falls du irgendwo was pflanzen mit dem Angriff macht, die zweite, aber von denen haben wir 14. Na ja, auf jeden Fall hab ich eben schon gemacht, ja. Die waren so eh. Ding, Ding, Headshot, Headshot. CASU. Win fest oder Michel Wort est necate. Hausfval. 있었 nicht plea. Schauen wir uns ab, dann systems. Die Webseudig schwerer als die andere muss alles zugeben, der abstintei тоже jenen, also in monaten. Hier Karl Ahhhh, ja! Du willst halt nur wieder ruddeln. Ding, 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 ding! Ich find' schade, dass man ihn nicht gedankt halten kann, das war's dann die ganze Zeit. Guck mich an, halt, guck mich an. Guck mal. Guck in Marathon. Marathon und erläuft in der Luft. 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 Hat ihn noch mal geschrieben gehabt. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann habe ich stehen und erfreulich. Ich weiß nicht, wie ich die Anna glaub nicht. Der hab ich schon Eis gesprochen gehabt. Wegen irgendeiner Wette. Ich weiß, was heute für welche Wette das ist. Und das wollte ich jetzt mal einfordern. Aber da hab ich nicht mehr wusste, hab ich direkt abgeklagt. Ha! Was soll ich machen? Was jetzt? Was steht hinter mir? Ich blick nicht von wo die Ball kommt. Ich bin voll überfordert im Sekt. Das ist ruhig ganz ehrlich. Ding! Headshot. Ey, das ist so geil. Das könnte ich gar nicht sagen machen, gell? Ding! Headshot! Das war kein Heller. Wo war das kein Heller? Das hat Ding gemacht. Irgendwie ein Ding macht immer. Shit! Ich muss gucken, wo unten steht dann immer. Und... Dingsabschuss. Wer denn hier? Schnapp, Alter. Also, ein fetter. Jetzt war's der da. Ja, auf jeden Fall. Von der Tank, Alter. Von der Tank, Alter. Von der Tank, Alter. Ja. Und... Irgendein Ingenieur, ich weiß nicht welcher es war, kann man nicht fressen. Ich sag alle 200... Doch, sind denn... Nein, dieser Wichse! wo war denn der unterschied oder genau gleich ich habe ich muss gar nicht gestehen ich habe nie durch gespielt ich hatte irgendwann so die lust daran verloren weil es mir zu doof wurde ich weiß auch nicht kommen diamanten nein es wäre lustig wenn ich die bosse inszenieren könnte ja man konnte sich blenden so ist es gar nicht nur letzte woche eine umsatzung auf dem pc ich habe es noch nicht so ganz raus die 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 Du probierst ja gerade schon. Ja, ich bin spürt. Ach, sie ist heise. Ich hole ihn mir, Junge. Nein! Ah, das ist ein Drachistum. Was ist das? Oh, das ist ein Drachistum. Oh, das ist ein Drachistum. Das passiert mir schon so. Trotzdem bin ich an Gestandler durch die Lächerlich. Du Wichser! Grinisch Abschuss! Das war ein Headshot, würde ich sagen. Guck mal, das geht immer nur 2. Nein, das geht aber eigentlich. Als wir uns geht, Scheller. Was willst du denn hier nennen? Aber von denen haben wir 15. Ja, auf jeden Fall. Boah, Alter, guck ich Kohlen so aus. In der Scheiß Kohle drin. Ich will Graf Schnappula haben. Als Schnapper. Der ist der King. Der King of Schnapper. Hier ist Schnapper. Der King rein. Der King rein. Wie sind das eigentlich mit den Pflanzen? Zählen auch als Kind? Oder? Der die ein Film machen wird. Auf jeden Fall. Für wen? Das kriegen wir nicht mehr. Das kriege ich dann. Der jünger Mensch, nicht mehr. Wenn ich schnapper ansetze, und dann. Und dann. Achso, ja. Kann sein. Dann hab ich mir mit mir. Ja. Dann hab ich mir mit mir. Das ist ja nie. Ah, Munition leer. Dann hinten. Da hinten. ich würde sagen die erbse macht halt mehr damage aber hier kann das schon drauf halten der graf ist einfach ich finde es einfach so bombe wenn du jemanden frisst du kriegst ja auch energie immer wieder und vor allem die diese Orgel die da einfach kommt für mich so bombe man ist das Zeichen wenn du deine Kinder die snack ich einfach so zum Frühstück weg jetzt kämpf ich ja was ist denn das Schiff eingeschlappt level up schnapper level 3 oh shit ding ding irgendwo brauche sie wir können zum Herkunft ich bin ja schon gespiegst ja ich bin ich bin oh ich bin 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 die aus m weil обрат k er schmack Menschen dockern Ja, das dauert jetzt mal. Warum hat man ja nicht mehr so einen behinderten Delfin? Obwohl keiner kommt. Ding, ding! Guck mal, wie viele Leute du die ganze Zeit wegholst, ich hab trotzdem erkriegt das so. Was stimmt da irgendwie? Bestimmt wegen diesen Pflanzen die ganze Zeit. Oh, da hat er sich umgedreht und tschüss. Oh shit. Wie ein Wichser. Guck mal, ich komm gar nicht hinterher. Oh, komm! So, wo willst du jetzt die Bumme hinhaben? Einmal da so. Scheiße. Wir machen viel zum Verlust. Was macht der Bambus eigentlich, die Bambuslume? Ich hab's bis jetzt immer noch nicht sehen können. Explodiert er einfach oder schießt er oben raus? Oh, 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 oh. oh ah jetzt gehts drauf das war ein feder das war ein feder Ich bin schon wieder weg, das ist ein Schi- Warum ist er schon wieder tot, was ist das denn? Hab ich eh erst aufgeladen. Fisch explodiert hier auch. Der Pilz hier, der ist mega garisch. Ach komm, was soll ich. Der ist bomba, also die Explosion sieht so hammer aus. Oh Gott, Bosswetter. Ab geht er. Ob ich hasse diesen Professor oder wie auch immer. Ich wüsste mal gerne, wo du deine kritischen Schaden mal ganz in die Recken. Ah, ich glaube in den Augen. Alter, du hast einen riesigen Plattenkiller mit Schnapper, das ist ja geil. War gar kein Act. Der kommt mir gar nichts. Habe ich ihn schön gesidestappt, Alter. Dark Souls-like. Guck mal, hab ich 7, 7, 7. Ah, scheiße. Bisschen. Help! 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 Auf die Beine, ja. Okay, alles klar. Alles klar. Ich habe versucht, wie beides sich in sich erstand so da dran. Ich habe, glaube ich, Trostes Holz drauf. Sag mal, weiter geht. Na, in fünf Sekunden. Kommt. Geht da! Kommt! So, wo kommen sie denn da vorne? Kommen sie eh wie dicht in hier bestimmt? Boah, woanders schlägt das jetzt mal hier hin, gell? Einmal, zwei. Ich hole mal den Weg, so einfach mal. mal ein Teil aber ich war aber ein erlauben sich war am heilen der muss auch sein Ah, du ahnst es nicht. Jetzt geh ich gleich raus, wo ist die scheiß Bube? Ah, wo ist die? Das ist alles tot, das ist einfach alles gestorben. Ich mach hier einen Winkel nach dem anderen. Scheiße, so eine scheiß Stelle. Fuck. Kackstelle war das. Du kannst dich jetzt wenigstens selber heilen, du fixe. Alter, ich hab voll gearscht. Ich komme mit dieser Sonnenblumenklasse nicht so klar wie mit der Erbsenkanone. Das Erbsenkanone hat gekriegt. Das muss ich ehrlich zugeben. Schon wieder tot, die Pflanze. Wollt ihr mich verarschen? Ey, das gibt's doch nicht. Wie schnell gehen die denn da drauf? Soll ich schieße auf die Beine? Ah, hat das nicht gesagt. Headshot. Ah, komm. Warte. Was hat denn so vibriert hier? Fahr zu. Au. Wer sagt da auf? Oh, die Kills von meinen Pflanzen zählen auf gar keinen Fall oben. Wenn wir es trotzdem mehr haben, ich verstehe es nicht. Ich mach kaum Kills. Natürlich machst du Kills. Ich mach keinen Fall. Guck mal, wenn du irgendwo stehst, dann hast du immer so sechs Leute auf einmal weg. Das kann ich gar nicht. Das kommt dir nur so vor. Ich mach nicht so viele Kills. Bist du sicher? Auf jeden Fall. Du bist sicher. Du bist sicher. Du bist sicher. Zu spät. Du bist sicher. Ja. 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 Ja, ich bleibe auch mal lieber hier. Du bist ja voll wie der, oder? Ja. Ich gehe jetzt los. Scheiße. Aus Reflex zieh dich immer auf den Kopf erst! Da oben steht da einer, rechts Ding! Ding! Perfekte Welle! Komm her, meine Gülle! Wie es läuft! Aber mit der Sommerung war ich wesentlich besser. Der ist lustig, der Schnapp auf jeden Fall. Aber ich glaube, für den Weltmodus ist das einfach komplett ungeeignet. Für PPP? Hackling dann nicht. Ah, ich werde nicht. Der kommt schon die ganze Zeit. Aber wahrscheinlich nur die kleinen. Ach, also was geht hier denn? Alter! Ja, was ist das denn? Gibt ihn! Alter! Cheese! Was ist das denn? Gibt es halt da? Nein! Oh, ich habe ihn extra eingeschleimt! Nein! Oh, ich habe ihn extra eingeschleimt. Oh! Nein! Eigentlich muss ich so die ganze Zeit die Pflanzen machen, weil das bringt die ja Geld. Wenn nicht mal, bringt gar nicht. Was? Ne, was? Meinst du das denn? Freischalten oder wie oder wie oder wie? Oh! Keine Ahnung, ich weiß, ich spielst du nicht. Diamant! Tausend, Alter! Bombe! Komm noch mal! Ich werde euch die ganze Zeit was trinken, und dann vergesse ich sie jetzt mal. Was ist das denn? Ding! Ja! 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 Scheiß, ich sage Controller leer! Ding! Ding! Ah, was? 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 Überset? Alter, mit dem Schnapper kriegt man die Sargleute voll trinken! Das ist schon entdaunt. Ja, die läuferlich! Komm, was ist das denn jetzt hier? Oh, hier ist ein Boss! Oh, hier ist ein Boss! Oh, hier ist ein Boss! Ich schreck mich doch nicht alle. Wenn ich sterbe, schreie ich, das weiß er doch. Okay, ich hab schon gar nicht gesehen. Ich hab schon gesehen. Die sind richtig rein. Ich weiß nicht. wenn der Wiesnuss aus schon die Explosionspilz fand ich am Geizen der hat leider nicht wirklich was gemacht das kommt wieder der Kollege hier rein das ist dieser Dicke, ja aber der sieht so geil aus komm jetzt hier der ist so geil vor allem dieser Zahn, dieser eine Zahn, was ist das? ist das Salat? ist das Salat? keine Ahnung, es ist kein Umstrengung zurecht, ja? Junge, Schrapper ist schon lustig, Junge guck mal, ey das kann doch nicht sein ab mit dir, ja der geht schon oh nein, oh nein äh, hier nein, der Drache ist so, fuck you nicht der Drache wir haben mehr von hier es ist noch vier komm ich auch den letztes heißt fucking Pilz hier raus das machst du im Geelib, deswegen ist es noch letztendlich wird schon weniger, gell? auf jeden Fall, weil wir zu gut sind auf jeden Fall, weil wir zu gut sind oh dieser Wichser ich guck mir jetzt ich guck mir jetzt, wie sie sogar mal fünf Millionen beim das eh nicht was jetzt, was jetzt? ding ding ach, schön wegen dem Rad konnte ich sie nicht essen, oder was? das ist ja lächerlich das ist das Rattige, oder was? so nicht mein Freund so nicht so nicht 30 Zuschauer, alter geil geht ab jetzt sind zwar nicht so viele Leute im Chat sind es schreiben wenige aber trotzdem an alle Hallo und gerade zu gucken aber man müsste doch mehr Munition haben Hallo? ja jawoll gut, was war das denn? ist einfach weggeglitscht ich muss mich verarschen wenn wir heilen mal den Typen den Typen hier die Karten werden schon wieder weniger, also ich würde dir ja gern mal einen Heilkraut hinlegen ich habe es ja schon, aber ich dachte man kann vielleicht irgendwie welche Wehle sind wir da eigentlich? ich hab' gar keinen Plan versteht es ja genau und ich hab' auch die ganze Zeit wirklich nicht drauf geachten es versägt gerade gar nichts es läuft wieder eine zeit auf die zeit ist eben abgelaufen müssen jetzt kommen sagen wir nicht bin ich das verpackt ich frage mich wenn wir angenommen wir gehen auf spiel verlassen das Geld trotzdem kriegen also ich muss ja nicht nirgendwo weiß und sagen die ja alles abgebrochen ja was ist denn warum vielleicht ist irgendwo noch ein Zombie nee also dann müsste ja die Anzeige da sein dass die Welle noch nicht beendet ist also die Welle war beendet und hat nicht geladen die nächste wie groß die Map eigentlich ist ja auf jeden Fall die ist auch viel größer guck mal überall rum was ist hier los und nur mehr wie wenn es schwarz das ist wie gestern mit dem Sonnenschirm abwenden ja das ist doch scheiße jetzt äh kannst du uns sagen ob wenn man auf spiel verlassen geht ob man das Geld trotzdem behält oder ob jetzt alles für den Arsch ist was passiert wenn ich was da drauf gehe ich drauf oder wachse ich vielleicht ja gut sind sie wieder da was ist das denn okay da haben wir den ersten Bug auf jeden Fall ausgelöst ich möchte eine hundertprozentige Bestätigung wieder haben guck mal wie unlogisch eigentlich mal so ein Holzstück hier ne das ist weiß wie das aussieht man wie Playstation 1 Bugs Bunny hab ich nie gespielt da kannst du auch in so Löcher springen und der krebs ist genauso da durch ich bin ich bin sehr geklaut dann würde ich sagen probiere es mal aus oder gehen wir einmal raus und gucken ob dein Geld bleibt dann wechsel ich die Klasse auch wieder ich will sogar sagen sollen wir beide wechseln ich bin scheiße dass man nicht direkt wenn man es sich freigeschaltet hat dass man nicht direkt instant auch einsetzen kann ja Junge du könntest dann sterben ich weiß aber das bringt mir gerade eh nix du hast ja schon freigeschaltet Jo sorry mein Fehler Elende kann man nicht irgendwie was passiert dann auch hier ne Scherz ist nicht was passiert hier ich bin hier drauf gegangen und dann auf einmal hab ich den Bug aufgelöst dann kann ja was so machen ja ok du alles weiß ich scheiße ja Junge ja ist alles gut ich war das okay Leute wir hoffen wir einfach mal hallo aber das Spiel wird übertragen oder denke ich nicht mehr der Aude den letzten Welle der letzten Welle gut übrigens eine Welle ist abgezogen die Schäuze behaupten ich hoffe ich ihr das war es was für Kausch Ja. Der Typ. Ist das der Jules? ist erst mal abschicken und die Leute ich behaupten wir gehen müssen schocken ja okay wir haben das Geld behalten ist schon das ist schon mal gut aber so eine 8000 das deine geht nichts hin das ist voll unterschieden also ich will doch immer ein bisschen sparen für für so dinge bis 5.000 siebenmal schneiden hat man doch gar nicht Kreativ finde die Köpfe die hinter stecken guckt mit Erbsel wie die Leute sich sowas ausdenken das sehen ja eigentlich aus wie diese Schießblumen von Dings von Super Mario man kann das nicht einstellen im Splitsky Modus es geht gar nicht also wenn ich die anderen können ja ihre Töpfe machen und du kannst da ist dann irgendwie so in Erde dann kannst du Zombies pflanzen und die attackieren dann ja man kriegt dann mehr Geld auf jeden Fall aber so wie ich das sehe ansonsten korrigiere mich bitte wenn ich auf Splitscreen gehe ne warte wenn ich auf Gartenkommando gehe meine ich ich gehe als Spieler stehen komm hier kann ich hier einstellen Schwierigkeitsgrad alles gar kein Ding aber wenn ich auf Splitscreen gehe kann ich nur die Map naja das ist mir alles bewusst aber da wir zusammen zocken wollen hier im Splitsky Modus macht halt nix anderes Sinn oder verraff ich irgendwo was kann ich kann ich hier irgendwas umstellen ne ist ja nur steuern ich sehe jetzt nix ach ja ich denke das geht nicht ne ich mache meine E-Mail jetzt mal checken hier Twitch kannst du deine Freundin wieder den Link schicken ich kriege sogar hier Dings E-Mail und per App kriege ich deine Nachrichten komm so wie sieht es denn jetzt hier aus ja Junge mit der haben wir auf jeden Fall jede Fähigkeit jetzt die spiele ich jetzt auch wieder das ist perfekt schnappen auf jeden Fall ich finde nur Kaktus den haben wir noch gar nicht immer die musst du jetzt spielen musst du jetzt spielen Junge da fehlt dir auch noch mal ein Helf ab auf jeden Fall ich bin nur überlegen hatte ich noch drei Sterne zum überspringen weißt du das? das zwei, drei kann sein hast du heute und dann baller ich mir die gleiche an Hallo ja Junge auf jeden Fall aber dann bereich das ja nicht dann hab ich es ja nicht ja wenn du es gerne hast dann stirbst du einmal dann ist es gut dann musst du mich einmal umbringen lassen ja Junge das geht ja nicht oder Junge wir müssen ja ausprobieren vielleicht war das weil die Runde irgendwie rum ach Junge keine Ahnung wir müssen einfach eben auch beide Gleichzeitungen bringen okay liebe Leute sorry es geht weiter Junge was machen wir jetzt? was gibt es denn noch? Westernstadt in der Nacht Alter Vorstadt Wohnung sieht auch krass aus wieso? geh auf den Wohnwagen mehr gibt es doch gar nicht okay geh auf die Wohnwagen man kann hier echt nichts kann nichts anderes einstellen vom Schwierigkeitsgrad oder vielleicht bei der Charaktereinstellung? vielleicht aber auch nicht mal gucken dann direkt mal auf hätte ich doch auch verrafft das ist das einzige was ich ein bisschen schade das jetzt finde Bombe alle ich finde es ja richtig geil wie viele Zuschauer da sind also geil ob das jetzt auch Leute generell von Steam würde ich schon sagen von 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 Twitch sind von PS4 einfach durch Zufall und wie viele Abonnenten es sind man weiß es nicht kann ich gucke wie viele in den Dings drin sind die sind alle im Stream wunderschön im Chat man nicht und jetzt müssen wir alle im Chatzen das gibt es zwei verschiedene Dinger gut kann ich jetzt hier irgendwo auf Option nö also ich kann leider nicht den Schwierigkeitsgrad ändern er ist anscheinend einfach normal oder ich weiß es nicht irgendwo vier Stück habe ich noch ich balle die jetzt alle rein aber hier was ein Probe ich bin ne der Klammer so kann man alle Fähigkeiten Bombe so ich bin bereit mit meiner Speedbrille das ist ein das ist ein das ist ein das Spiel jetzt wer kommt ich bin und ich hätte das muss rein machen die war voll lächerlich ne ist geil das ist Tarno das ist ein Asi aber die Schwierigkeitsgrad ist er ich würde gerne auf extrem einfach stellen wenn du jetzt kriegst man es auf Optionszahlen wenn jeder Gäste ist ganz ist aber wie mein Arsch war ich die wie so eine Frau ich bin mir die Beine das sieht vermerkend aus nur auf jeden Fall das Minibein, guck sie sich da unten runter diese hellgröden, oder? ne das ist krass keine Ahnung welchen Gartenhäger denn Jugo diesmal doch so aussuchen wie wie schon schießt er einfach ne geht schon jetzt muss man dumm fragen du hast eine Primärwaffe und eine Sekundärwaffe was ist denn eine Sekundärwaffe? Sekundärwaffe hat man noch nicht das ist schon einfach eine Primärwaffe dann hätten wir einfach sagen können mit einer Waffe ich weiß es auch nicht das hat ja sogar einen Namen bei mir ist der Stachel Munition nur das Erbsenwerfer hätte man das auch so schreiben können den Garten nehmen wir hier glaub ich ja perfekt den Garten na ne das von allen Seiten auf ja Junge der in der Mitte auch auf jeden Fall aber der ist von hinten links zu hier ich zieh jetzt mal rein was soll ich jetzt machen? schießen dem Ding mal auf jeden Fall und Airstrike geht leichter zu fliegen als bei Ballyfield die Heli so viel kann ich noch mal sagen wirklich spannend jetzt hier meine ungewollte Kamikaze-Aption man muss auch warten Junge, willst du ein Popcon haben? darf man stehen? ja Mann ja Mann das ist sehr geil das ist sehr geil ich habe nur eine begrenzte Flugfahrung und nur nur 5 AP-Lin und wenn man Typennet hat angeschossen wird er geht auch kaputt glaube ich Test Test Jo funktioniert alles willkommen das ist sie denn ne Junge was ist wenn wir denn hier eine Feuerplatte aufgeben wir brauchen wir versonnen wir haben kein Hine ja das ist schlecht die Zombies kommen ab geht ne Junge ich fick die Tode alle fick die jetzt alle tot was auf Alter ich triff den überhaupt nicht ach du Scheiße Red Shot du Scheiße die Scheuerung soll ich sagen hab ich gar nicht gesagt hab ich's mal wieder so weit aufgehoben ja ok so Mr. Kaktee ist am Start ach du 25 Damage pro Schuss ich hau mal hin und sonke mal mach mal guck mal guck mal die Speed Brille hat diesen Bazinga diesen Blitz oder? oder soll das was anderes da stehen? auf der Brille hinten hey Junge pass auf ich hab voll die gute Idee Achtung hier zieh's hier rein was denn? ich hab geblockt aber wie viel mach ich verclamer ah jetzt kann ich gleich noch meine Dings ausprobieren ja man Bazinga schweiß das sieht geil also so ich seh ah ich schütte stehen Rauch Ah Schütte stehen nach hinter mir zurück Ne nicht wohne so ich seh die durch den Rauch hab ich eben war ich leicht abgelenkt Bäm Hattcho-on und ja was soll ich denn sagen 10 Schuss wird zu scharfen immer noch mehr ich muss erst mal direkt mit zehn Schuhen hier also wenn ich mich ja für sowas hier hassen, für Claymore aber hier ist das eine andere Geschichte wobei ich die Wechsel habe wie jetzt sagt ah wo kommt der denn her wir dürfen auf gar keinen Fall jemand durchlassen und mal soll ich es machen Bohnes gehabt schon, 500, ja, ne halbe Pack Du wolltest das sparen Eigentlich schon Hier, der Streifen muss nicht so wird noch mehr Das ist doch Bombe, das ist doch Bombe Wie gewesen ist mit den Kartoffelminen? Kann ich unendlich viele legen? Also je nachdem ob ich dir mal Dings oder es ist wie bei Battlefield mit der Claymore dass man halt recht viele hat, aber man kann immer eine 3 auf einmal legen Das würde ich auch mal passieren Guck, erledige 3 Spiele, das kann ich hier im Koop, muss ich gar nicht machen Ja, das bist du Das bist du Elend Ich will dich auch mal heilen Ich will dich auch mal heilen Hallo, als gesehen, er hat eine Boxer-Shotter mit Herzig drauf Ja, ne, 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 ne Ja, ja, ist nix Ey, Junge, ich baue hier unsere Festung ein alter Ja, mach mal Ich halte hier den Garten frei Heile dich mal hier auf gerade Wie glaube man das mal an? Vonch, vonch, vonch Oh, vonch, vonch die das auf jeden Fall da hast du vollkommen recht mit dem Release aber geh mal zur GameStop das das jetzt kriegt er, wo ist er? shit, wo ist er? Green Wars Trophy einer, der hat beide mal den Links kaputt gemacht, krass dann kommt's klar oh, okay oh, APG tatsächlich bad das ist ja, bin ich jetzt blöd? was geht was geht Hedge jetzt spielen nur noch so Quake-Sounds, ey W-W-Kill wo ist er? wo ist er so weiter? ähm, Hitty immer ordentlich runter, aber lass mich den, den Schlussmann wegen dem Geld ach so ja, ich bring grad eh nicht so viel um, wie du, ich hab erst 24 naja, irgendwie geht geht ich muss mich auch mal hier ich bin voll ich will mich jetzt mal irgendwo hinstellen, wenn so ganz viele kommen, mach schon mal ein Mg das ist doch die Mg-Erbs-Allen ja, die hat dann so einen Plasma-Strahl oder einen Energie-Strahl, den kannst du dann auch so aufladen. Das ist mega geil. Scheiße. Ah, stimmt. Oh, Alter, 4 AP. Fuck, fuck, fuck. Was ist denn da los? Was ist denn da passiert? Ach, schon die Pizzerie ist mein Urlaub, Alter. Ach, eh nicht. Ja, auf jeden Fall. Verdammt. Fuck, das ist wirklich ein Pizzabestell. Ja, man, ich bin auch voller Hunger. Ich hab zuerst gegessen, aber... Pizzabestellen. Ansonsten Maggis. Boah, aber nee, Maggis, man. Ich war so lange nicht auf Maggis, ich bin voll froh drüber. Na, was ist los? Das ist voll kein Essen. Eh nicht, Jigman Nuggets, also. Was ist da los? Leute, schreibt doch mal in die Kommentare. Was findet ihr besser? Burger King oder McDonalds? Wohlzieht euch der Weg immerhin. Kentucky. Schreibt bloß Kentucky. Da steht, weil sie gerade nicht zur Auswahl. Jungen hinter dir. Ah, Jungen hinter mir sind überall die wahnsinnigen Krachen. Also ich muss ja sagen, ich bin wirklich total der Maggis-Fan. Also so, der Burger King, ich hasse Burger King, weil ich bestelle als erstes bekommen als letztes. Das ist Standard. Ganz komisch. Was ist denn jetzt? Aber warum läuft hier eigentlich an deinen Hindernissen hier vorbei? Auf die Augen, ne, war das auf die Augen und den Füßen. Däh, tot? Ne. Komm. Mehr Burger King als Maggis, hätte ich gar nicht gedacht jetzt. Das sagt irgendwie jeder. Ich finde, von Maggis eigentlich die Pommes ist mega geil. Fuck, jetzt habe ich mir so Hunger gemacht. Aber ich konnte gerade voll. Also habe ich auch noch gespuckt. Vorher kommt schon noch eingerotzt. Super. Läuft. Ja, da, das ist alles drin. Schön, ganz früh. Wenn du ja willst was nicht? Da ist alles drin. Die Lege ist. Wie geht es um dein Ding hin? Da bist du mir nicht? Ich beschütze dich. Komm mal hinterher. Komm mal hinterher. Komm mal hinterher. So, Zwiebel, du bist dran. Mach das Ding. Ich habe das einmal geschossen. Dann mit Dollar. ich konnte Maisanschlag den Hedge der einer ist da und hier ist ein Held, wenn der auf ihn schießt, dann steckt er weg wo denn, wo, wo? weil die hatte zu verfehlen was ist denn mit euch los? shit, shit, shit fuck das ist doch ein Grabstein, ne? 2 Sekunden, wie soll das gehen? oh, die Scheren, die große Schatten nein, die hab ich zerstört, diese Elenden die Zeit wird doch längst abgelaufen, oder? egal egal ich hab wirklich Hunger jetzt gar nichts gibt's wir machen uns gleich hier, was ist denn Oinge? wir können auch Pizze bestellen einfach Wunde Wacko was ist das denn? Eine Pizzeria? ja wir müssen sich schon klackfahren wo? wo? jetzt steigen Würgels in dem Bogen übernehmen er hat schon wenn ich schnell in meinem Wort das ist kaputt. Das ist fast noch. Oh oh oh! Ach du, gibt's ne Shit! Man sieht jetzt gerade das reiste Minenfeld. Boah! Hä? Ne, hasse Scheiße! Hier fallen bei einem Schuss um! Guck, meine Chili-Fäncher war ein Stück. Ich fang auf die ganze Zeit dieses Specials zu machen, wo ich gerne echt mal zugeben. Gibt's das zu? Ich geb's zu. Reißer Shit. Alter, are you fucking kidding me? Da mach ich meine schöne Drohne und dann zift er mich schon. Shit. Jetzt steh ich hier vor dem Ding. Mach wieder weg, vielleicht fühlt sich mal auf. Glaub ich nicht. Das hat eben auch nicht funktioniert. Oh! Seht, oder? Hier ist ja ein ganzes Bild. Schuss. Tupsom schon mal gut! Der ist king! Der mal bei dem Zahn. Ein komischen Zahn, Alter, was ist denn das? Kann so ich jetzt gerade um Screen schon machen, während du Streams ne, oder? Geh weg von mir! De partido direkt in mein Minenfeld, jawoll! Kombe! Aber sind du die Winde gekinnt oder? Hey gab's diesmal nur 50 Punkte бывает Sonst geht ihn doch gut. Und wird halt hier, Lieutenant beschissen von Woods sind ich glaube ich sterben scheiße jetzt an jedem komische diskussion ich habe das das geld von den nächsten verkauft ein Tag früher also ihr könnt jetzt in den anderen die Wiesbaden zumindest diesmal Rienkaree falls da jemanden wohnt weil er kriegt man es heute schon auf jeden Fall normaler Release ist halt erst morgen Donnerstag der 21 und warte lass mich nicht der macht er steckt ist aber nicht der tanzer noch so lange schießt auch immer noch drauf also müssen wir gucken nicht einfach mal bei dem gamestop eures vertrauens an also wie spaniel karriere auf jeden fall da habe ich es ja headshot im mädchen mit der karte der herr das mann wunderschöne kraft ich kann auch nicht schuldig ist alt für mich wie die aussehen das ausgebildete zähne weil er dieses zwei was man kann ja drauf fliegen, Junge, wir müssen ja drauf fliegen. Nein, Junge, das ist ja wie in Battlefield 3 damals, der scheiß Drohnen-Glitch. Ja, dann halt dich mal. Halt dich mal voll. Ah, Junge. Kann sein, Junge, machst du den Mann neu? Da ist die noch nie draufgegangen. Junge, die ist noch nicht einmal draufgegangen. Bombe, Alter. Besser Teamspieler. Ja, ich mach dich ab, 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 mach dich ab. Ey Leute, ich hab doch gar nicht gefragt, wie ist denn das eigentlich von der Stimme? Hört man das gut so vom Sound her? Also vom Sound her und von der Lautstärke? Das gibt's doch nicht. Ey, ich werd jetzt sterben. Oh, jetzt hast du mir alles weggeschlappt. Die produziert gut. Das ist ja mit ihr kaputt eigentlich. Oh, du hast den fast kaputt. Ah, stimmt, Junge. Fanboys. Ich finde es gerade sehr interessant, hier fast so sehr im Anteil an der Schüster. Ach komm. Da hab ich ihn gegeben hab ich. Ich mach viel zu selten, mein Special, also. Ich verraffs das die ganze Zeit. Oh, mir. Was ist denn eigentlich diese? Ach, das ist die Sonntum, okay, das ist in der Mitte. Das weiß er. Die hat einen weißen Rand, ist aber eigentlich gelb ein Sonntum, oder? Sonntum ist doch gelb, oder? Sonntum ist doch gelb, oder? Eigentlich schon. Aber es ist ja auch eigentlich eine Heiltum. Okay, das ist kein Problem. Von daher. Ja, dann ist es korrekt. Ja, dann ist es korrekt. Ich mach die Drohne, wird direkt abgeballert. Boah, hinten ist ein Sniper, der Sniper. Alter, das ist so ein Tarn-Typ, wie denn der Geil, oder? Ich hab bei dir auch. Alter. Ich weiß gar nicht, wo die so ultra schnell jetzt auch mal herkamen. Boah, ey, Junge, guck mal hier, wie viele, Alter. Ist das hier so eine besondere Welle? Nee, warte, 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 warte. Junge, da war irgendeine besondere Welle, ich hab's aber nicht gelesen. Boah, schon wieder fangst du mir. Das war eine besondere Welle. Oh, Junge, das ist ein Ratschattel. Schön. Das gibt's doch jetzt nicht. Ach, wie. Boah, ich weiß gerade nicht, was da passiert ist, gell? Einen Karten, alles, irgendwo? Hier hätten wir hier überall, kannst du auch die zwei machen. Pflanzen. Hatten wir ja so viel von diesen Feuerdingern. Die haben ja noch nichts mitgekommen. Ach, das ist einer Zustand. Die dürfen nicht. In die Base kommen. Ey, ich geh jetzt hier hoch. Aussichtsturm. Auf die Augen. Verdammt. Alter, dieses Feuerding schießt ja mega weit, ist ja egal. Was? Der stirbt vor dem Ding, nennst du mal. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich glaube. Ah, Junge, Junge, helf mir heute mit dem. Der Ball abgeschlossen. 500 extra. Geil. Puh. Alter, 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 alter. Du gibst zu, es ist geiles Spiel. Gibst mal zu, komm. Wobei ich gern mal den Online-Modus sehen würde. Da wirst du wahrscheinlich nicht alles verrecken, weil, als irgendeiner mit irgendeinem Scheißspiel. Kann sein. Kann sein. Dann weiß es nicht. Lieber Binks. Benfli. So Airburst-mäßig. Ist nicht wahr, aber ich stehe auch wirklich dumm. Ich muss es ja wirklich selber zugeben, ist das eigene Blödheit von mir. Junge, ich bin da. Ich bin da. Was ist denn da los? Du musst mich holen, alter. Perfekt. Kreis, glaub ich, wirklich. Ja, wie lange das dauert. Ja, Junge, mit der Sonnturm geht's ultra schnell. Dankeschön. Kein Problem. Was macht ihr für 25 Herbst? Was muckt ihr denn auf? Ich bin gleich wieder dumm. Du bist. Ja, ich bin da. Ich auch. Aber eh nicht. Eh nicht. Scheiße. Junge, du kannst dann... Drück mal 3. Dann komm ich mal raus. Ich denke, ich sehe alles voll mit Meme. Hol doch mein Garten, wenn ihr wollt. Du bist das erste Mal, dass wir verreckt sind, ne? Ja. Ja. Es gibt's doch nicht. Ich will zu mich verarschen, oder was? Ich mach durchgehend 35, 25. Ah, endlich. Alter Schwede. Boah, das wird übel. Langsam wird's übel, ey. Ja, ich weiß, ich weiß. Deswegen war das die ganze Zeit pure Dummheit, die ich hier so weiter vorne stehe, als ich das gemacht hab. Ich weiß, dass da nicht was passiert. Ich weiß, dass da nicht was passiert. Oh, scheiße. Ich denke an Skate 2 damals. Ne, 1, 2. Skate 1. Oh, die gibt mir die... Alter, Alter, Alter. Komm, ich muss mich verkrümeln. Ich komm mit Drohnen. Ich weiß nicht, wie würde das mal losgehen. Ja, ich kann das nicht machen. Das ist wohl nicht. Das ist wirklich gut. Ich bin nicht der EU. Jetzt hab ich mit dem Ruhnen fest. Oh ja, ich bin nicht der in der Karte. Was ist das? Oh my gosh! Das läuft ganz schön, gell? Was ist denn da voll mit dem Ganzen? Das ist ja gut. Da kommt noch wieder hin. Wenn er jetzt wieder kommt... Ich denke, wir müssen jetzt... Ich bin da drin, ich bin da drin, ich bin da drin. Oh nein, nein! Alter! Jawohl. Wiem gehabt der doch die ganze Zeit Wunder, oder? Ich weiß nur, dass ich gleich schon wieder draufgehe. Ja, auf jeden Fall. Ja, irgendwie, ich auch. Das ist scheiße, Mann! Du kannst es benutzen, dann musst du mich wiederbeleben. Oh, wo bist du denn? Da. Perfekt, das war perfekt. Zu mir lege, zu mir lege. Oh! Oh, die Sonnenblume, Junge, letztendlich! Die Dore? Jo! Oh, der Garten, ey! Das ist ja echt müde. Da wir eh losen, verballe ich jetzt nicht mehr so viel von den Karten. Die Wunder war schlecht, aber die erste Wässer. Ich will gerne auf meine Score gucken, aber ich hab Angst, dass ich den Bach wieder auslöse. Das wäre eine Runde noch. Scheiße, ey! Lade ich nochmal auf, du ja eigentlich. Aber von Zuschauern, ey, Hammer! Die 7000. Das ist eigentlich voll wenig. Deswegen, ich würd's genau auf schwerer stellen, dann kriegst du nicht mehr Punkte pro Kill. Oh, der hier so ein Scheiß-Buffesser kommt. Oh, der hier so ein Scheiß-Buffesser kommt. Ja, ich bin eigentlich so der, ein vorderster Front unterwegs ist. Ja, du musst die Sonnenblume wieder nehmen. Dann verreck' mich doch nicht so. Und mit Schnapper hattest du mir auch nicht gestorben. Ah! 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 Ja, du musst dir anschauen, die Sonnenblume. Ja, bestimmt. Irgendwo liegst du denn? Irgendwo da hinten. So, oben auf dieser Holzplatz. Was ist das denn? Komm! Ich hab' so dieses Ding gewünscht! Ich hab' den Garten sehr am Arsch! Ah! Übel! Die Map war irgendwie doof. Na, irgendwie. Was gab' 8000, glaub' ich, ne? Nicht mal. Das ist schon weniger, das ist schon wirklich weniger. Ja, guck, aber ich grad' das zählen, nur weil nur dein Zählen. Ja, auf jeden Fall. Bei mir stand ja die 7 Nacht. Und bei mir gar nix. Das für'n Arsch. Ich hab' ja auch noch 5.000 Gold. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich muss überlegen, ob in ner Multiplayer-Dings kriegst du auch, wenn's gut läuft, 15.000 die Runde. Ich mein' gut, fast Doppelte, aber... Ja, ne. Ja, ne. Dann nehmen wir das nochmal. Gartencenter? Auf jeden Fall. Ich werd' die Schmitt, ich kann das grad' einstellen, Alter. Jetzt kann ich erstmal was trinken. So, und dann kriegst du die Sonnenblume... ...und ich die Erfse, und dann gehen wir ab. Dann gehen wir ab, ich mit's Katze. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich sterbe grad. Oh, ich sterbe grad. Ähm. Wieso? Jetzt soll ich sowas erzählen, wenn ich trinke, Alter. Guck mal, da steht... Hast du alles ausgeblendet? Hörer auf jeden Fall. Aber Leute. Oh Gott. Ich sterbe. Ach, okay. Michalig und auch ein Blindenbühelst. Weil sie immer sein, weil es letztes Mal stand oben über dieses Ding, wie wir da sind, und links die Zeit. Oder unten die Zeit. Himmelsfall mit dem Ganzen. Dann lass es. Also so wird der Wissler noch klein. Hahaha. Leute, du musst dir vorstellen, wir spielen nicht grad auf so'n... ...50 Zoll Mega-Fernseher. Sondern noch so'n kleinen Zocker-Fernseher. Das ist so witzkön echt... ...fatal. Möchte ich es was nennen. Oh, Alter. Ich bin fast verreckt an dieser scheiß Cola. Oh. Was euch nehmen soll? Wernwerfer. Was ist der Unterschied? Den haben wir auch noch gar nicht. Dann gehen wir auf Anpassen. Geben auch Fähigkeiten? Ich glaub' das Na ja, auf jeden Fall. Wenn du hast halt... Ja, 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 der spielt sich dann ein Ticken an. Ich kann sich genau sagen, weil ich das nie... ...nehm' mir den jetzt einfach mal, wenn die Leute was anderes sehen als immer dasselbe, würde ich da behaupten. Nein, ja, ja. Aussehen, was kann er? Obsthut, nee, nee, Obsthut auf, oder? Speedbrille, natürlich Speedbrille. Organe in die Matschkürbisse, nein, das passt nicht. Fruchtspieße. Perfekt. Tattoos keine. Haben sie es klar. Ich konnte diese Cola, ey, was? Entschuldigung. Meine Speedbrille ist wieder weg. Mach eh nicht. Hast nicht ausgewählt, oder? Ich bist auf zurückgegangen. Ich bin auf, äh, links, rechts gegangen. Ja, ich hab ja gehört, dass der Bären, äh, Bärenerbse geduldet ja recht OP sein soll. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall sieht's cool aus aus, was rausfliegt aus dem. Hm. Hinberg. Muss mal gucken, wir haben geht jetzt anders Damage machen. Ah, Flächenscham. Okay. Dann gehen wir wieder ins obere. Ja, auf jeden Fall. Alter, diese Cola ist Kostegleiche. Ich Kostegleiche war in den Raum einfach rein. Tut mir leid, Entschuldigung. Weißt du, was ich gar alles gelesen hab? Du musst... Cola servieren. Das kommt jetzt schon wieder ins Doppel. Und dann... Eiswimpel machen... ...mit Mentors drinnen. Wie explodiert das doch so? Ja, Jugo. Wir wollen's mal, auf jeden Fall. Jugo, das brauchen wir mal. Weil damit rächtet keiner. Wenn der nicht hinguckt. Jugo, bist du bereit? Jugo, nehmen wir wieder den hier, oder? Jugo, auf jeden Fall. Entschuldigung, Leute. Tut mir wirklich leid. Jugo, dann setzt man eine Heilpflanze irgendwann. Eigentlich voll dumm. Wir hätten ein paar doch kaufen sollen, aber jetzt haben wir wieder kaum was. Spar doch mal. Ja, Jugo, wir haben fast auch direkt so... So was Großes, Fettes. Wir haben echt voll wenig, gell? Ja, ich meine, wir sind's in Kauf da. Das ist das Problem der Geschichte. Jugo, wenn die nicht am Anfang jetzt ohne alles spielen und dann am Ende reinhauen. Die Zombies kommen, die kommen wieder bei dir hin. Ich muss die einfach alle gut heilen, dann verlieren wir auch niemanden. Ansonsten dort, was sagt ihr denn so zu einem Game. Wie ihr es findet, ob ihr aufhörst euch zu holen, ob ihr's vorbestellt habt. Und und und. lasst es mich wissen, beziehungsweise uns. Guck, man hat nur 8, was ist das? Na, Junge. Ja, was stimmt der macht? Multicap, perfekt. Die Karsch haben wieder kaputt. Du reißt die Pflanzen. Na, Junge, ich will euch jeden unterwegs. Ich kann auch nicht überall sein. Du, Elendö. Ich schloss die jetzt weg. Oh, mach ich noch nicht. Scheiß Feuergedüns, könnte ich mal eh so ultra. Jetzt kommt sie aus dem Kleinen. Jawohl, direkt APG. Nein. Das geht doch einfach mal so schnell. Junge, wir bräuchten 3 Diamanten in diesem Ding. Du bist eine Elendö. Junge, wir müssen uns doch diese scheiß... ...fucking Playstation-Kamera kaufen, man. Ja, Mann, das ist ja geil, ey. Stimmt, Junge. Aber dann muss ich auch ehrlich zugeben, dann musst du mich anders da anziehen. Weil ich sitz hier immer bei dir jetzt wie so'n Penner, weil mich keiner sehen kann. Ich bin nackt, Alter. Was ist denn das? Hm? Elend. Was war das denn? Was war das denn? Was ist denn das für ein Vieh hier? Er hat einen Schweißmann gehabt, oder? Ja, aber hier bei mir auch. War wieder so ne besondere Welle. Nein, ich achte da nie drauf, alle. Du eh nicht, oder? Ich guck ja immer, dass du dir, wenn wir labern, und dann schick ich nicht mehr so'n. Ah, die kommen, die war alles. Der definitiv. Der Schweißmann. Der Schweißmann. Wo sei denn? Na, Sonnenblume finde ich eigentlich recht geil, denn ich weiß, viele Leute haben das immer so'n abgestattet. Ich hab's gelesen nach oben, halt. Ich hab's gelesen bereits. Ich hab's gelesen, ja. Oh, mein Gott. Mit dem Grundmöglichkeiten hat die Erworter geguckt. Oh, mein Gott. In der Vier. Von da. Oh, mein Gott. Ich hab's gelesen, halt. Ob ihr das Spiel habt oder nicht, könnt ihr mal schreiben, welche Klasse ihr am besten findet, beziehungsweise was euch am besten gefällt. Hedge on, habt ihr das gesehen, oder? Komm, was ist mit dir kaputt? Ich hoffe, es wird wirklich noch gepatcht, dass man im Splitscreen-Modus den Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Man hat ja auch nicht von Welle zu Welle mehr bekommen, oder so, Geld, ne? Wie würde ich ein Geld angezeigt haben, könnte ich eigentlich, ne? Ist ja egal, das ist bei jeder zehnten Welle, oder so. Ja, so, ist, denke ich, mal ein bisschen schwerer, aber. Wir haben auf jeden Fall bei einem Dings, bei dem einen Boss, 100% haben wir da immer 100 gekriegt. Bin ich mir recht sicher, und jetzt war es nämlich die ganze Zeit 50. also der tones chase ist und fest und fest und fest sew ist es möglich. Ich habe keine Ahnung. Also die Wellen-Dings-Scheur export an sich. Moroni Endung, eingfern verdrehen. Ja, wir müssen zwei-Machstanten hinanden. wir müssen sogar nur einmal verkackt, und anderer Beitrag, man könnte es überhaupt zeigen wir müssen sebelum Dich internet Schwindigkeitschlag ルchester Ich denke dann, dass ich den Wälder dann westlich bin. Ja, ja, ja. Wer hat zwei Kinder, oder? Hä? Wer hat zwei Kinder? Ups, ey. Sprich grad gar nix. Ne, der kommt doch. Was hat der denn noch? Was hat der denn noch? Wie ist der jetzt so? Huch, huch, huch. Ich krieg nicht mehr Schaden bekomme. Der stand, da ist er. Was ein Opfer, was ein Opfer. GP, ne? So, Zom muss bis zum 50. Ruf mal drauf achten. Wenn, falls wir es bis über die Zeit schaffen. So. Klapp schon wieder. Scheiß Gift. Sag, wirklich was? Ich denk auch schon alle bei dir oder? Ich geh nur noch einmal. Ich geh nicht über den Schaden. Glauben nicht, ich hab euch nicht so geholfen. Was wäre die Nummer zwei?